Hallo und herzlich willkommen, äh nein, meine Begrüßung ging anders. Ähm, ja, wie auch immer. Seid gegrüßt, meine Nebenzwerge, Gnome, Hobbits und, ey klar, drüben, ich ziehe den Hut vor euch, äh, den ich gerade aufhabe. Ähm, das ist nicht meine Begrüßung. Egal, ähm, dann starten wir auf das Level. Ihr wisst, welche Spiele ich spiele, ihr habt's gesehen, ähm, das ist nicht ganz schwer. Ja, ja. Für alle, die es nochmal erwähnt haben, weil News von Mario Ross für die Wii, ja. Irgendwann ist los mit dem ersten Level. Begrüßung total verkackt. Och, hier, stimmt ja, hier gibt's die wunderbaren, Abkratz, Pinguiner. Ne, ich mein, die, die Items. Gibt's solche wunderbaren Items. Das Schöne ist, wenn ich jetzt hier abkratze im ersten Level, dann juckt mich das ein Scheißtrick, weil, das erste Level, hier gibt's nichts zu verlieren, also. Okay, hier war noch nichts dran. Im nächsten alter Fach. Ja, Game Over. Gleich mit dem üblichen Bildschirm, das ist, ja, ist euch bekannt, den Bildschirm kennt ihr schon, wenn das viel extra dranläuft und schon so oft Game Over gegangen ist. Gut, die Items habe ich nicht, aber los geht's. Schnee hier vor dem Pinguin. Rettet. Oh, oh. Puh. Ich bin grad noch gerettet. Da muss man aufpassen, dass man hier nicht von den Pinguinschen geschnabelt wird. Da ist der Pinguin. Das geile Items hier. Man kann Eis werfen. Das ist wie eine Eisblume. Und man kann auch noch supergeil gleiten hier. Das ist auch das, was das Geheim ist, um an die Sternblume zu kommen. Krieg ich hier meine Münzen? Ne, krieg ich nicht. Das ist mal so ein geiles Item. Ich steh drauf. Der Pinguin hier. Oha, oha. Sachte. Ja. Du nimmst mir nicht mein Item weg. Der Pinguin hier. Der Pinguin hier. Der Pinguin hier. Der Pinguin hier. Oha, nein. Kann ich hier hoch? Ja. Der Pinguin hier. 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 Diese scheiß Pinguine hier, die hier einen angreifen, die sind auch hier irgendwie. Ja, ich hab dann zwischendurch, ist meine Kamera mal alle gegangen. Deshalb muss ich jetzt hier ein bisschen, weil ich jetzt hier ein bisschen improvisiert und mal, ich weiß nicht, vielleicht bin ich noch ein bisschen weiter gegangen. Ich hab zwischendurch sogar mal mehrere Mal abgekratzt, hab ja mal abgekratzt. Und deshalb hat den Pinguin auch gar nicht mehr. Ich stütze jetzt hier die Kamera notgedrungen, hier ein bisschen mit meiner Fernbedienung, deshalb wackelt die auch noch ein bisschen. Zum Glück hatten wir die Fahne und können jetzt auch noch ein bisschen abkratzen, nicht zu oft, weil... Ich hoffe, das geht jetzt noch ein bisschen, werden wir dieses Level jetzt hier schaffen. Und die Kamera könnte jetzt ein bisschen wackeln, weil die wird von der Verlängerungsschnurre jetzt hier ein bisschen. Und vom Ladekabel ein bisschen gezogen, deshalb muss ich da ein bisschen gegendrücken, weil sonst, ja. Und deshalb ist das jetzt hier ein Müffel doppelt schwer. Für mich also werde ich jetzt noch dümmer spielen. Und die Wii Fernbedienung ist direkt neben dem Mikro, deshalb... Werdet ihr jetzt vermutlich diese Geräusche, die aus der Wii Fernbedienung kommen, extrem laut hören. Meine Kommentare vielleicht auch ein bisschen lauter, weil ich... mit meinem Mund hier... sagen... fucking... in der Nähe bin, und... grundsätzlich irgendwie in einer... verdammt... angespannten... Haltung... hier... sitze. und was das... Spielen dieses komplizierten Levels mir nicht... leichter macht... Versuch's nochmal. Sag mal, kann ich hier nicht irgendwas drauf vorsehen? Nee, ich hab nichts... was so klein das von uns ist. Man müsste auf das Stativ irgendein Gewicht legen und so... Kennt ihr das aus dem Physikunterricht, wo man sich ja... für eine Waage irgendwie für ein... solche kleinen... 1 Kilo... so einer... kleinen... 100 Gramm Dinger... solche... Gewichte... solche... Wo oben so ein Haken dran ist, und was man so in einer... Dingens dran hängen kann. Fucking ist das hier eine Scheißhaltung... Komme ich nur auf so eine blöde Idee jetzt hier... in dieser Haltung weiter zu spielen. Tja... Herz, lieber Let's Player... Wille hier... Ihr müsstet mich jetzt sehen... Seht ihr jetzt so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt... Einen Versuch habe ich jetzt noch... Ehrlich gesagt, kriege ich auch gerade Rückenschmerzen, das ist hier... der... nicht gerade angehenehmste Haltung. Ja gut, jetzt sind wir auch... Game Over... Würde ich sagen... Ich hoffe euch hat dieser... Kleine Part... Ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon läuft... Ich habe jetzt absolut keinen Schimmer davon, weil... Ja... Die Kamera ist so schnell ausgegangen, und das ist jetzt auch ein bisschen... Blöde... Deshalb... Ja... Verabschiede ich mich trotzdem jetzt hier an dieser Stelle... Verzeiht es mir, wenn der Part ein bisschen zu kurz ist... Ja... Und... Ja... Abonniert meinen Channel, falls ihr das noch nicht getan habt... Und neu auf meinem Kanal seid und... Ja... Nichts mehr verpassen wollt... Und... Ja... Der nächste Part war wieder länger... Ähm... Bis zum nächsten Mal...